Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer Audi heute? Dienstag, 27. Dezember. Da wird Service gemacht an meinem Computer. Meine Wohnung ist nicht ganz staubfrei, darum muss der Computer zuerst entstaubt werden. Hier ist eine zweite Harddisk drin. Da werden die Daten jetzt von der oberen auf die unteren überspielt, damit ich endlich mal eine Sicherheits-Copy meines Computers habe.